Oh, da habe ich die falsche Waffe jetzt. Das ist, glaube ich, eine Spätzenarztwaffe. Oh, ist das... Ob die wirklich so geil ist, die nicht? Ich spiele die jetzt hier noch in der Runde und dann tausche ich die aus. Schon wieder Team Deathmatch? Was ist denn los? Ja, ja, wir können jetzt noch Team Deathmatch. Alter. Zu spät umgedreht, ey. Was? Zu spät für wen? Für mich. Oh, ho. Mist. Schon gerade von der Adrenalin. Echt, hast du eine Spritze gesetzt? Ne, aber hier eine 3-fache Geschwindigkeit oder so. Ich weiß auch nicht, was los ist. Operator neutralisiert. Bin noch nie gestorben. Uh, nice. Sie haben, glaube ich, einen der AFKs irgendwie. Der stand in deren Sporn rum. Jetzt bin ich tot. Zum ersten Mal tot. Wieder. Mit der Schwede. Ab jetzt ist der Flug gebrochen. Ich war wie Graf Dracula. Nice. Ah, jetzt ist schon wieder einer. Okay, wir haben einen Camper an der typischen Ecke. Wo? Zwei Feinde neutralisiert. Okay. Jetzt weiß ich wo. Ja. Genau. Jetzt kommen die ja noch alle hier rüber, oder was? Das mag ich ja überhaupt nicht. Das ist nicht nett, ne. Da werde ich ja Toast hier. Hm. Der ist erledigt. Ich habe meine KD-Raceo von 10 zu 1 irgendwie gerade kaputt gemacht. Ja, echt? Okay. Nicht nett. Weißt du, was ich richtig mich finde? Dass diese Gas-Mine einem die Gala, das die Hand reißt. Das ist wie früher in alten Zeiten, glaube ich. Ich habe den Kegner Schnuckschrauber, oder? Nö. Ich habe den Kegner Schnuckschrauber. Ich habe den Kegner Schnuckschrauber. Ja. Ja. Oh, komm, der ist Kapp. Habe ich bekommen. Was soll man das heißt? Oh. Okay, also die haben keine Lust, habe ich das Gefühl. Jetzt ist es recht nicht mehr. Tja, wir liegen sie doch gar nicht so doll zurück. Okay. Die haben Sniper oben im Haus. Bei sich. Moin, der hat mich getötet. Ach, der ist schon wieder in dieser Mistecke da. Wirklich? Das ist schon wieder einer? Ja. Das war aber nicht der, der jetzt hier um die Ecke gekommen ist, sondern... Um die Ecke kam, ist doch schon wieder tot, weil... Das wäre dann in eine Granate reingelaufen. Und ich bin auch in deren Granate reingelaufen. Was? Ja. Mach den doch doch nicht nach. Boah, jetzt kommen sie. Das gibt es doch nicht. Ach so, das ist eine Pumpgun. Mehrere feindliche Spionageflugzeugkontakte. Ich muss mich jetzt leider rechnen. Ja. So, und hier um die Ecke links ist gleich einer. Normalerweise. Naja, du erzählst mir ja was von Leuten, die es gar nicht gibt. Die stehen... Die stellen sich jetzt hier echt überall hinter die Ecken auf. Ach ja? Das gibt es ja gar nicht. So. Ich sehe nichts. Die haben halt mehr... Die spielen halt mehr sneaky. Aber die Frage ist, ob es das irgendwie... Ob es das irgendwie bringt, ne? Ne, ne. Und dein Kind noch, dann ist das nicht mal mehr eine Frage. Werfe eine Granate. Missionsgebiet gesichert. Ihr Jace sagt stolz. Und da ist er, der Sieg. Ist kein Hexenwerk. Wir sind einfach... Ja, schon wieder. Aber das gezeichnet. Wieder eine Vierer. Nice. So muss das sein. So muss das sein. Aber irgendwie hat dieser Look von... diesen Jagd-Trophäen... Als Kleidung hat. An der Wand finde ich das unglaublich geschmacklos. Ich finde es auch, glaube ich, als Kleidung geschmacklos. Aber es hat irgendwie was. Was martialisch ist, wenn man sich irgendwie damit einkleidet. Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Das Ding ist halt, das Ding ist halt, das ist halt so eine Sache, die würde man sich selber nie irgendwie, ne, selber anziehen. Und nie tragen, nie irgendwo hinstellen. Aber irgendwie findet man es halt in gewissen Umgebungen cool. Mir geht da zum Beispiel auch so, es gibt so gewisse Arten von Möbeln. So, weißt du, so 70er-Jahre-Design-Möbel. So in dem Stil. Die finde ich zu Hause, würde ich die nie in meinem Zuhause haben wollen. Aber, ähm, im Garten zum Beispiel, in meinem Gartenhäuschen, da würde ich das machen. Ah, das ist ein Beispiel. Da finde ich, naja, also es gibt diese, äh, diese Stühle oder Sessel, weißt du, mit Stoffbezug in Rot oder Grün oder Blau, weißt du? Mhm. Ähm, das kann man dann schon mal machen. Sehr beliebt inzwischen. Ja. Feind ausgeschaltet. Splittergranate. Wir erobern Alpha. Na, Mist. Wir verlieren 10. Nieses Mal nicht. Der Feind hat Charlie. Nein. Ich hatte so einen schönen Plan mit. Wir müssen noch B. Wir müssen mal ins A holen. Nee, A wird sich schon geholt. A ist abgesichert. Oh, die dürfen wir den Sentry Turret nicht töten. What? Oh. Wir verlieren A. Die haben bei 10. Wir haben den Sentry Turret zerstört. Wir haben den Oberen C. Oh, die holen sich schon wieder A. Blattgranate. Die waren ja alle auf A. Wie so kleine Wiese. Mist, jetzt. Äh. Leute, A. Komm, ja, ich hol mir A. A. A, schnell. Die fände ich schon. Die wollen sich jetzt aber C. Naja, aber erst mal A. Und jetzt wollen sich B. Aber die wollen sich B. B, A, B oder C. Auf gar keinen Fall holen sich B. Ich habe meine Miene leider echt falsch gesetzt. Im Glück kriegst du gleich eine zweite Chance, deine Minus zu setzen. Ah, shit. Jaaa, Afterlife Revenge Savior. ja alles zusammen double kill in die garage reingeschmissen das ist ein richtig geiler punkt ist eine mine zu setzen dieser truck hier vorne das ist richtig gemein wenn man das in die mine setzt nein ich wollte mir grad c ohne zu viele die sitzen alle auf c weißt du was die sitzen alle auf c das ist jetzt so was für ein toasty und hast du was gecastet ein paar kids gekriegt haben hier ein regenschirm aufgespannt würde ich sagen das ist auch nicht nett bravo holen hä wo ist der denn das in der garage da hat sich gut einer versteckt bei den gegnern rasieren die trotzdem bin ich toll kannst du überhaupt ein playback ja bin ich was sind es für eine waffe hast du es wieder diese mit silencer die zucker 47 nicht schlecht nicht schlecht ein schöner einstieg ich habe den hier noch bereit ist ja richtig gemein die stürzen die zählobjekte die zählobjekte das waren eine mine hier drauf der over uns erfolgreich und die fünf tracken helikopter aktivieren mich hat er noch von hinter dem truck getötet Hinter dem Schock? Ja, das hast du ja nur in der Ecke bei dem Lieferwagen. Die haben Geschützte aufgestellt. Na, Mist. Das müssen wir uns mal... Bist du schon weg? Ja. Ich stelle das Geschütz jetzt mal hier rein, das ist mal gut gesichert. Die werden sich noch wundern. Man, ich muss mir das mal angewöhnen, wieso kann ich mir das nicht angewöhnen? Ich bin wieder falsch rum. Erst schießen, dann zielen. Und, oh. Oh, falscher RPG. Feindliches Spionageflugzeug über uns. Schrauber ist weg. Nein, ich bin ein Schrauber. Komm schon. Was? Was war denn das? Der hat so einen Scheiß... Das war so ein explosives Messer hat der... Ein explosives Messer? Naja, das ist doch dieses Messer mit, was du sozusagen abschießen kannst. Und das ist ja geil. Oder die Klinge weg sprengen kannst. Naja, oben im Haus, bei denen ist noch drinne. Mehrere feindliche Spionageflugzeugkontakt. Oh, Mist. Fack. Feindliches Geschütz im Einsatzgebiet entdeckt. Was ist denn das gegen euch das Hinterturet? Ähm, weiß ich gerade gar nicht. Mehrere feindliche Geschütze sind im Einsatzgebiet. Da hinten. Mit in ihrer Garage. Auf Wiedersehen. We verlieren B? We verlieren B? Ein bisschen mehr34 sein. Was ist denn dafür funktionieren? croße Wo ist der denn? Wir haben B! Wir haben doch kein Atom! Hm? Tja, haben wir also hinten geschützt, ne? Das war der letzte Kill! Der Lager erinnert! B! Oh! Wer ist das? Ja!